Hallöchen, da bin ich wieder und ich hoffe, dass sich diesmal was MSN, tut mir leid, dass sich was geändert hat an meinem Mikro. Das hoffe ich wirklich sehr, weil ich habe das jetzt ein bisschen nochmal umgestellt. Ich dachte, ich hätte es schon umgestellt, aber ich hoffe, dass es sich jetzt irgendwie nochmal geändert hat. Ich dachte, ich mache mal wieder ein Antwort-Frage-Video, weil ich jetzt wieder sehr, sehr viele Fragen bekommen habe und dazu werde ich das, ich werde es jetzt so machen, dass ihr eure Fragen drunter schreiben könnt. Wie bereits gesagt, in dem letzten Fragen-Video könnt ihr wirklich alle Fragen stellen. Ihr könnt zum Beispiel, also nicht wirklich alle Fragen, ich sage schon mal zu privaten Sachen, werde ich jetzt nicht so viel sagen, dann könnt ihr wirklich auch so Fragen stellen, wie zum Beispiel, was für einen Lippenstift hattest du in dem Video, was für einen Top hattest du da an oder sowas. Die Fragen beantworte ich auch sehr gerne und falls es halt, ja, falls es eine Frage ist, die ich schon mal beantwortet hatte in meinem letzten Video und ich mich noch daran erinnere, werde ich auf das Video zurückweisen und dann könnt ihr euch das ja da auch nochmal angucken. Und ja, das ist eigentlich auch so ein kleines Probevideo, ob das Mikro jetzt vielleicht ein bisschen lauter ist, weil, ach, das tut mir leid, aber es nervt mich auch, dass es so leise ist. Und ich hoffe, dass sich dies jetzt so ein bisschen geändert hat. Und ja, ich sehe ein bisschen durchwuschelt aus. Tut mir leid, bin eben gerade durch den Regen gelaufen und bin eben gerade wieder zurück, aber es war mir wichtig, dass ich das jetzt mal ausprobieren kann mit dem Mikro. Und ihr könnt einfach mal unten eure Fragen posten und dann demnächst wird dann, ich werde dann entscheiden, wann das Antworten-Video kommen wird. Äh, ja. Und ich hoffe, dass sich dann wieder ein paar Fragen regeln. Äh, ja. Dann sehe ich euch hübschen. Wieder zum nächsten Video. Bis dann.